Wir sind mit unserem Latein am Ende, Ikari. Selbst unsere fortschrittlichsten Waffen haben sich als nutzlos erwiesen. Aber Sie glauben, Sie können dieses Ding vernichten? Nur dazu wurde Nerv geschaffen. Der Engel, er hat uns also gefunden. Du darfst nicht davonlaufen, nicht vor deinem Vater und erst recht nicht vor dir selbst. Das weiß ich, aber deswegen kann ich das hier trotzdem nicht. Du wirst nicht sterben, weil ich dich beschützen werde. Zielobjekt ins Visier nehmen und abdrücken. Ayano-Me! Wolange die Engel nicht besiegt sind, hat keiner von uns eine Zukunft. Ikari, glaubst du wirklich, dass wir das Richtige tun? Was du hier vor dir siehst, ist eine Universalkampfmaschine in Menschengestalt. Ein sogenannter Evangelion. Shinji Ikari, du wirst der Pilot sein. »�면 Déu wirst deinem Verbwayen« »Decistische Musik« – »Technik« »Sharvka« Untertitelung des ZDF, 2020